Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht in näherer Zeit ich mit Gegnern zu rechnen habe. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil ich finde hier echt eine ganze Menge um Bomben zu basteln. Also wird denke ich mal in näherer Zeit ein großer Gegnern kommen. Okay, Leute, jetzt wird es ein bisschen pedo hier. Ein Typ mit so einer Stimme. Oh, ich habe auf dich gewartet. Also es wird hier gerade ein bisschen dirty. Na, wenn wir hier noch irgendwo ein Item rumliegen. Ein bisschen Moon. Was habt ihr alle gegen Moon? Angriff, brah. Angriff. Ja, Mann. Niceer Schuss. Weiter geht's. Immer weiter, immer weiter. Okay, das wird nichts. Ah, ich bin noch ausgewichen. Was, glaubst du, wie das so riecht? Was? 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 Wie schnell muss ich das da machen? Ich dachte einfach mal so ganz easy, die reicht. Ah, ich muss wahrscheinlich so da-da-da-da-da-da-dam machen. Okay, okay, mach jetzt besser. Diesmal gibt es gleich eine fesche Brandbombe. So, der andere liegt da hinten, nicht wahr? Ja, der andere liegt da hinten. Ich kann ihm bestimmt nicht stealthen, oder? Nö. So, Ringen, wir sind da, wo ich ja komme. Bitch. Nee, sie kommt da nicht durch, ne? Ja, gut. Die will sie jetzt auch hier nicht durchschicken durch so ein Kanalisationsding. Weiter geht's. So, hoch und runter. Hier ist ein Gegner. Alles klar. Komm, Digga, wir gehen oben lang. Ist mir zu dirty hier drin. Irgendwas hat Gott gegeben. Ach so, das Ding. Machen wir mal kurz wieder rüber. Wow, 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 wow. Okay, es sind mehrere. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Wir gehen aber, denke ich mal oben lang. Vielleicht ist ja hier noch was anderes. Was viel interessanteres als da unten. Boah, Maschine. Ich glaube, ich weiß, wer hier ein Bossgegner ist. Ich glaube, ich weiß es so ein bisschen. Weil der Typ ist ja noch am Leben, der Bohrertyp. Ob der das war, der zu diesem Mädchen gesprochen hat, ist eigentlich unwahrscheinlich, ne? Ich meine, der hat ja so ein komisches Helmvisier geschaut. Das kann er ja eigentlich nicht gewesen sein. Ich warte mal kurz. Ich glaube, er zieht hier so seine Runden. Das könnte man ausnutzen. Warte mal, kann ich die Lampe ausmachen? Ach so, gut. Oh, ich drehe hier meine Runden. Ich fahre hier schon weit Stunden. Oh! Oh! Na, toll, da oben ist der Nächste. Oh, Mann. Geil, drauf stehe ich total. Warte mal, ich glaube... Ja, ne Karte. Hab ich gar nicht im Augenblick gesehen. Hopp. What? What? Willst du mir erzählen, dass du jetzt arg auf mich geworben bist, weil ich die Karte aufgesammelt habe? Nein, beide nicht. Haben auch nicht. Anderes Bein auch nicht. Schädel muss es dann sein. Jo, Schädel. So, ich muss kurz nachladen. Oh! Gut! Okay. Ja, so geht es definitiv besser. Meine Fresse. Also, falsche Richtung muss er hier lang. Oh. Bing. Magnumoon. Oh, besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Schau mal, sofort nachladen. Ja, und. Weiter geht es. Obwohl. Er schießt ja von alleine. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich bin gerade voll gegen das Mikrofon gekommen. Tut mir voll sorry. Ich muss nochmal ganz kurz Nase kratzen und bin voll gegen das Mikrofon geballert. Ich bin voll gegen das Mikrofon geballert. Ich bin voll gegen das Mikrofon umgedreht. Ey, das klingt echt so, als wären die Viecher direkt nebenan. Das ist widerlich. Echt widerlich. Ja, er dreht um. Alles klar, sein Weg ist gemerkt. Er geht hier vorne hin. Jetzt müsste er sich gleich wieder umdrehen. Gleich müsste er wieder um die Ecke kommen. Und jetzt müsste er sich gleich wieder umdrehen. Meine Chance. Ich mag keine Stealth-Spiele. Besonders Stealth mit Zombies wird da nochmal so etwas Besonderes. Jetzt ist es nur noch da oben. Wie es aussieht, ein Fetter. Weil er sieht echt fett aus. Dieses komische, diese orangische Schleier. Und, nee, da vorne ist ein Fetter. Was für den Fick ist das? What the? Ich mag ja jetzt in der Hocke 10% mehr Schaden. War es das? Schieß, brah. Schieß. Du hast einen Magnum. Justi Magnum. Oh, bist du so? Oh, Digga. Das kann man sich doch nicht gönnen mit ihm hier. Oh. Go away, motherfucker. Ähm, ja. Da hab ich Bock drauf. Alter. Das kann man sich doch nicht gönnen mit ihm hier. Sehr gut gemacht. Oh. Oh. Oh, Digga. Oh, Mann, Alter. Ich muss doch kurz die und usen. Geil. Alter. Alter. Falter. What the fuck? Ähm. Da. Oh, war er auch nicht. Oh, vielleicht hier. Ja. Nice. Oh, nee, da nicht. Hier. Oh, fast mittendrin, Alter. Von Bullseye. Schwer. Nee, ach, eine Erweiterung. Eine Talia. Gut. Jetzt hab ich, glaub ich, eine größere Bag mehr. Jo. Oh, das ist natürlich nice. Das ist natürlich mega nice. Jetzt brauchen wir noch genug Munition, um die irgendwie zu füllen. Was machst du da? Alter, ich kann ja hier hoch. Siehst du irgendwas glitzern? So ein bisschen? Da muss ich weiter. Gut, dann geb ich's wieder runter. Hopp. Und weiter geht's. Aha. Aha, 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 aha. Da ist was. Oh. Oh, Gott, ich kann mich hier nicht angreifen, weil sie natürlich keinen Ziegelstein mehr hat. Weil sie natürlich den Ziegelstein verliert, wenn sie durch eine Tür geht. Was natürlich... ...voll normal ist. Irgendwo hier kommt noch ein großer Gegner. Irgendwo hier. Und die lass ich mal da, aber ich denke mal, ich kann die noch usen für irgendwas. Diese Feldminen da hinten. Feldminen. Das sind Feldminen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Schön grünes Kraut bekommen. Nee, hier ist nix. Sneak mal wieder ein bisschen. Okay, hier ist auch nix. Oh, ein Ziegelstein. Yay. Nimm mich mal von der einen Tür zum anderen. Weil im nächsten Raum muss ich eh wieder einen neuen holen. Oh, Spiel ist mir echt so ein easy kill. Danke. Dankeschön, Spiel. Danke. Oh, mein Gott. Zweiter. Erstmal. Nein. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Fuck it. Weg mit dir, Brr. Oh, Mann. Ich wollte gerade sagen, endlich ist das Visier wieder frei. Kann ich erstmal... Bin ich tot? Nein, bin ich nicht. Okay. Ey, das kannst du nicht... Das kannst du doch nicht machen, Alter. Auf der Distanz. Hab's, glaube ich. Ja, hab's. Nice. Kurz chillen, chillen, chillen. Es kann nicht sein, dass es wieder durchschießen kann, aber ich nicht. Okay, das ist fair. Hab dich. Bitch. Ist das ein Ziegelstein oder eine Munition? Es ist ein Ziegelstein. Und, weiter geht's. Oh, ich hasse diese großen Dinge. Ich hasse die. Oh, hier will ich nicht sein. Hier will ich nicht sein. Irgendwo ist ein unsichtbarer Stee und ich weiß nicht wo. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da ist es. Ich hab keinen Bock, hier zu sein. Ich hasse es, wieder hier zu sein. Aber diesmal hab ich Munition. Wirklich? Hier ist es nur ein Stein? Nur ein motherfucking goddamn Stein? Aber ich komm ja wenigstens schon mal instant weiter, ne? Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv, dass ich... Ja. Ja, gut. Das war einfach. Sehr einfach. Dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum. Dum-ti-dum-ti-dum. Dum-ti-dum-ti-dum. Bin ich wieder so gierig? Ja, ich bin wieder so gierig. So, was haben wir denn hier diesmal? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ein Ziegelstein. Ich geh doch nicht hin für Ziegelsteine, ey. Am Arsch. Oh, wir müssen gucken. Hier liegt ja wirklich noch was anderes. Nein, hier liegt nichts anderes. Weiter geht's. Du bist falsch. Ist das ihr Bruder? Oder was ist das? Ich habe einen Blick irgendwie nicht. Ah, nee. Hab nichts gefunden, ne? Nee. So fucking useless. Gut. Legen wir einen Zahn zu. Oh Mann, ich will nicht. Hier kann wieder gebohrt werden. Schön, dass das Spiel einen andauernd zeigt. Ey. Hier könntest du bohren. Kannst du aber nicht. So nach dem Motto. Das Spiel die ganze Zeit. Ich muss einen anderen Weg finden. Ey, der Stein leuchtet. Cool. Ah, Bohrmaschine. Hallo. Oh, nö. Kein Bock. Ich habe keinen Bock auf diese Viecher. Brecheisen. Aha, aha, aha. Von der anderen Seite verschlossen. Das musste ja sein. Das musste ja mal wieder sein. Ja, kleine Brüll rum. Das ist schlau. Boah, Geräusch. Geh weg, Alter. Von der Fliege. Wie kann man nur dieses Geräusch in einem Spiel unterbringen? Alter, der hat gerade mega Schiss, ne? Das nur wegen den Geräuschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei dir ging es so.